Streit mit Cate Middleton, deshalb hatte Meghan Markle nie wirklich eine Chance. Gerüchte halten sich hartnäckig, dass sich die neue Herzogin von Sussex, Meghan Markle, nicht mit der Herzogin von Cambridge Cate Middleton versteht. Meghan scheint zudem das Leben der Angestellten im königlichen Haus schwer zu machen. Die frühere Suits-Schauspielerin heiratete letztes Jahr Prinz Harry und wurde somit in die royale Familie Großbritanniens aufgenommen. Jetzt wird sie im Frühling ihr erstes Kind mit Prinz Harry bekommen. Das Familienglück wird somit komplett. Was es noch perfekter macht ist, dass sie mit ihrem Mann bald in ein neues Anwesen zieht. Seitdem sie aber im königlichen Haus ist, gibt es immer wieder Schlagzeilen darüber, dass ehemalige Schauspielerin Meghan Markle für Zoff sorgt. Der Streit mit Cate Middleton zum Beispiel trübt das Glück. Das behaupten zumindest Royals-Experten. Laut ihnen kommt es überhaupt nicht gut an, wenn Magen sich nicht an die Etikette hält. Zwar war auch Cate Middleton nicht konsequent und brach selbst ungeschriebene Regeln, doch bei Meghan Markle wurden Regelbrüche viel öfter und stärker kritisiert. Wenn sie beispielsweise ein Kleid trägt, das über dem Knie aufhört, gab es böse Kritik. Meghan hat derzeit also keine so sorgenfreie Zeit. Die vielen neuen Regeln und Lebensumstände machen es der 37-Jährigen schwer. Hoffentlich wird sie sich bald an das neue Leben gewöhnen und sich wohler fühlen. Also, ich hoffe, es macht dann eine mausame, wenn es bei nichts geworden ist. Du teuf zisches